Was sind die Top 3 Tanzschulen in Wien? Naja, die eine, von dem Elmar Navierster, der immer beim Opernball ist. Nicht Oberhauser. Elmaier. Elmaier, das ist sicher die beste Tanzschule, die ist auf Platz 1 und 2. Und dann ist eigentlich, als dritte würde ich sagen, die Tanzschule Kubetzke in der Neubauklasse.